Wie wir bereits berichteten, veranstaltete Meghan letzte Woche einen Merchandising-Pappwerk. Die Herzogin von Sussex wurde bei einem Make-up-freien Spaziergang fotografiert. Bemerkenswert ist, dass sie trotz des heißen Wetters in Kalifornien Outfits verschiedene Marken trug. Sie stattete den Mantel von Max Merorius Pulley, Hermes Show mit der dunkelblauen Newcomb-Biosignal-Processing-Scheibe, Chanel-Schuhe, London-Ohrringe und einen Givenchy-Gürtel aus. Markennahe Seelen bestritten jedoch ihre Verbindung zu ihr. Meghan soll Affiliate-Marketing nutzen, um Geld zu verdienen, glaubt aber, dass sie bei Fälschungen bis auf Newcombs-Stock dabei war. Sie hat absichtlich nur einen Ärmel hochgekrempelt, um das Anti-Stress-Pflaster für uns sichtbar zu machen. Sie wurde sichtlich ausgelacht, weil sie versuchte, stillen Luxus zu schaffen, während sie gleichzeitig Dutzende Designer-Marken trug. Bis auf die weißen Hosen ist sie für Paris im Oktober angezogen, nicht für Montecito im August. Sie macht es nie richtig, sie gerät in Panik. Sie ist seit April bei WME und es wurden keine Deals angekündigt. Sie wurde von einem Deals eröffentlicht dementiert. Außerdem ist seit der Krönung ein langsameres Durchsicken von Leaks in der Presse zu verzeichnen, die alles andere als schmeichelhaft waren. Jetzt nutzte sie die Marketing-Strategie, um so zu tun, als würde sie mit vielen Luxus-Marken kooperieren, nachdem Dior und Cartier sie abgelehnt hatten. Chanel, Lumven, Givenchy und sogar Hermes akzeptierten sie nicht als Gesicht des Marketings. Sie haben ihren Namen im digitalen Marketing auf sozialen Plattformen nie erwähnt. Es sieht schrecklich aus, weil sie diese Kleidung selbst auswählt, weil sie glaubt, dass sie darin schick aussehen wird und es niemanden gibt, der ihr etwas anderes sagen kann. Ihre Umgebung versucht wahrscheinlich nicht einmal, ihre Autorität in Frage zu stellen und ihr zu sagen, dass ein Mantel und ein Schal im August in Südgalifornien eine lächerliche Idee seien. Aber wie viel Geld könnte Meghan realistischerweise damit verdienen? Es ist nicht so, dass man sie jeden Tag in Outfits sieht, also dachte sie, eine Marke müsste ihr eine Million Dollar zahlen, damit Meghan genug Geld einbringt, um bis zum nächsten Pappwerk durchzuhalten. Eine andere Quelle sagte, dass sie entweder fürs Posten bezahlt wird und es peinlich, aber lächerlich ist, wenn WME 10% davon bekommt, weil sie es als ihre Agentin arrangiert, oder dass die klassische Mac sich auf eigene Faust ein Merch gewandt hat, und WME muss darüber immer wütender werden. Ihre eigenen Handlungen entwerten ihre Marke weiterhin. Dennoch möchte sie, dass sie Reden und Honorare im Stil von Michelle Obama aushandeln. Meghan Markle bereitet sich darauf vor, innerhalb weniger Monate ihren Lifestyle-Blog Dittich neu zu starten, da Experten sagen, dass sie nach dem großen Erfolg von Suits auf Netflix ihren Karriereweg überdenken sollte. Dittich neu auflegen will, ist schon länger bekannt, inklusive Mode- und Shopping-Tipps sowie Interviews und Beauty-Tipps. Berichten der Daily Mail zufolge wurde Dittich eine Genehmigungsmitteilung für das US-Patent und die US-Marke ausgestellt, die der Website den Weg für eine Rückkehr ebnet. Meghan hatte den Blog bereits im November letzten Jahres als Marke angemeldet und muss nun eine Nutzungserklärung vorlegen, um zu beweisen, dass der Blog aktiv ist, um die Marke vollständig registrieren zu können. Meghan muss dies innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten tun, der im Oktober abläuft, was bedeutet, dass sie noch einmal damit beginnen muss, sonst riskiert sie, für eine Verlängerung zu zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017